So, und sag mal, letzte halbe Stunde hat es jetzt begonnen. Wo bist du denn überhaupt? Bleib mal da oben, ich komme wieder. Soll ich dir was hier runter bauen? Ja, kannst du mal, sonst muss ich meine Ecknerperle opfern. Reicht das? Guck mal. Gut. Die fallen ja alle hier so runter hier. Mal gucken, dass wir auf die Holzbretter, dass wir da mal in die Linie kommen. Die Holzbretter, da oben sind sie, ne? Aua, ich werde hier beschossen. Dann müssen wir uns hier irgendwie hier mal so eine Treppe hier mal hochbauen, ne? Was hältst du denn davon? Ja, aber vorher regel ich hier. Oh, bin im Wasser gefallen, was ist das denn? Oh Gott, hier ist Lava. Scheiße, wo bin ich jetzt reingefallen hier? Da ist Lava. Ich bin wieder da. Ich muss auch mal hier rauskommen. Ich bin wieder da, ja? Mal bloß raus in dieser Höhle hier. Das ist ja ätzend. Ich bin gleich wieder da, ja? Ich wurde gerade nur runtergeschossen. Ich bin wieder da. Lass uns hier mal hochgehen. Au. Ups, Vorsicht, hier ist auch ein Kiesel-Loch. Oh. Ich bin fürchtebar. Ich komme hier wieder raus in diesem Misfit. Hier ist eine Schlucht, Vorsicht, nicht runterfallen hier. Ich will ja mal eine Ecke haben, wo ich ein bisschen sicher stehen kann. Wie kommen wir da jetzt wohin? Wo war jetzt der Minenstollen? Haben wir ja irgendwo gesehen hier vorhin. Da oben ist er. Was ist hoch hier? Schoki, geht das? Ja, das ist gut hier. Mal gucken, welche weiter durchkommen. Aber die nerven da und die Bogenschütze. So, ganz schön ist da oben. Habt ihr schon mal nach oben? Ich komme nach. Meine Düssel liegt gar nicht fest ab. Auch Minecraft? So hoch mit dir. Ja, ich weiß aber nicht, wo wir lang müssen. Ich greif jetzt einfach. Aber ich habe jetzt hier Wasser gewonnen. Scheiße, also ist doof. Schau mal, wir gehen jetzt einfach hier mal durch. Lass mich hier rein. Lass mich hier rein. So, ich bin jetzt schon mal hier oben. Jetzt muss ich hier jetzt mal gucken, wo das Wasser herkommt. Das Ganze zu machen. Weil das ist ja ekelhaft hier. So ist es weg. Wo kommt denn das Wasser her? Wo kommt denn das blöde Wasser her? Ah, das ist jetzt passiert. Bist du? Man hat irgendwo eingebaut, komischerweise. Keine Ahnung warum. Wo kommt denn das ganze Schatzwasser her? Was uns hier wegtreibt. Okay, Shugi, wo bist du? Hier. Hier oben. Geh hoch, hier. Okay. Oh, er überschießt mich hier. Wo geht's raus? Hier geht's raus. Hier geht's raus. Okay, ich geh lieber raus. Das ist nix für mich. Das ist mir zu gefährlich. Ich bin kein Kämpfer, ich bin Entdecker. Entweder ruhigen Fußes hier. Was heißt lang? Ah. Pfff. Hier ist ausgeläumt. Welcher Tage sind wir denn hier? Ist das die dritte? Ey, du hast ein Pfeil im Kopf. Nur falls du Kopfschmerzen kriegen solltest. Nur am Rande bemerkt. Und müssen wir jetzt so lang, wo geht's weiter nach oben? Hä? Wo geht's nach oben? Da lang? Okay. Dann. Geh mal hier lang. Schön ein Dach. Hier ist ein Feuerchen. Nett. Was gibt's hier? Was gibt's hier? Besonders noch? Nö. Nö. Hier geht's aber nicht nach oben. Schoki? Ja? Oh, das ist so. So, wie kann's hier durchfallen? Geht's nach oben, weißt du das? Ähm, nee, bis jetzt so. Auch schon, buch'nimm mal mit. brauchen wir nicht hier guck mal du bist genau ich bin runtergepunt von der treppe vorhin dann gehe ich glaube ich eher in nether es kommt nicht mehr hoch hier da geht es raus ok die schuhe flüchtet schon die treppe kommt mir so bekannt vor ist das jetzt nicht mal was essen hier hier schon runtergefallen ich kann die treppe irgendwie nicht hoch laufen ich bin so durch die treppe hochzulaufen ich bin schubel hier runtergeplumpst hüpf hüpf wie lang seine treppe hier muss halt auf dem alten mann mal ein bisschen warten halt ne ach ja schon draußen das ist ja cool grüß gott ich bin draußen wo ist der rest hier gibt es sogar ein schild hier habe ich gerade gesehen hier geht es nach der husa hier können wir uns teleportieren wo sind die anderen beiden noch unten oder keine ahnung ich teleportiere mich schon mal ich gehe nach der husa hin aber guck das ist die urbahnstation ist gegangen okay das ist cool wenn sie sind schon hier okay gut alles klar weiß ihr bescheid so ich würde mal nach hause gehen erstmal ausladen würde ich sagen ich bin ja sowas von voll nicht ich meine rucksäcke so erstmal schnell nach hause hin und sachen ausladen ganz ganz wichtig ganz ganz wichtig so was haben wir im gepäck hier ich habe hier die nicht wieso habe ich 30 eisengitter kommt hin her ich habe kies ich habe ich verstehe das nicht so eine glückte uhr billigt hier plus 50 ich kann ja die ja mal nehmen dann packe ich die rote ja auch viel spaß in fifa dann packe ich die hier mit rein zur not ich verlange nicht mal angeln mensch ich müsste auch mal wieder angeln gehen ähm so ähm gott das mit dem dungeon bin ich wieder so aufgepusht hier das gibt es ja gar nicht ui hier halt tränke tränke sind hier oh was machst du denn eine sache mal wieder vor allem anbringen okay sagen wir hier will die mixtur feuerschutz und wizard 2 was ist das denn was ist ein wizard 2 was ist wizard 2 keine ahnung ist der trank gut ich packe hier mal rein eine art gibt es das okay wie du möchtest du packst du mal rein hier äh die gold apple haben wir die drüben oder vorrat habe ich die drin okay ähm ich habe noch einen haufen bücher jetzt noch einfach jetzt hier rein müssen irgendwann mal ich uns mal reinsetzen hier mal die bücher sortieren rote schrift ist immer schlecht okay gut zu wissen das heißt wenn ich meinem schatzi in roter schrift schreibe ich liebe dich ist das schlecht okay gut das auch geklärt so im blauen ruckzack was habe ich da tränke nachtsichts und sprung tequila tequila ist gut tequila kommt hinten in die bar das ist wichtig die kieler kommt hinten in die bar die bar ist voll ja wir müssen so ein strankregal bauen okay da kriegen wir derzeit nichts ein aber nach meinen wischen ich habe hier meine truhe dann packe ich die hier mal rein so zack zack auch für dich können wir einen goldenen apfel reinpacken ne kommt nicht ins lager also das ist dem sachteste ne ja über der küche der kommt dann oben irgendwo bei den vorräten an kurz hier ist auch noch was für die küche was für das lagersystem 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 weiße wolle redstone das sind alles pflanzen okay dann gehe ich erst mal hier rüber die op goldäpfel warst du die auch hier noch ok aber den ein behalte ich den ich habe würde ich dir auch empfehlen ich hatte noch irgendwo noch salz gehabt bin ich der meinung muss ich mal gucken das ist mein orden normaler goldener apfel bringt nichts ne ich habe salz hier noch drin salz ich habe ein ei von eier das sind pflanzen das ist sowas okay das ei hier rein das salz hier rein dann gehen wir erstmal raus und bei dem misswetter fällt mal ein die bienen ja immer wieder gucken was mit dem bienen ist ich glaube die pflanzen die paar ja mal ins lagersystem rein die setze ich heute noch nicht müssen eh dahinter noch diese paar kleinen gruben auch noch zu machen ist noch so viel zu erledigen bei uns auf dem grundstück durch steine am haus austauschen wir uns die am keller gang so und das kommt rein das kommt rein wir wollen richtung süden das holz lasse ich auch noch mal hier das packe ich aber in hier rein das holz das lösche ich mal hier habe ich noch eisenbahnen die lasse ich noch mal auch da mit drin pflasterstein mit dunkler tafel lassen wir auch erstmal da riesenbambus schmeißt ja mal alles jetzt erstmal hier rein so dann gucken wir was davon einsortiert wird und was nicht dann ist der ruckzack bis auf den einen ring leer was haben wir hier drin können wir den reinpacken das goldschwert lassen wir eine ganze menge rohstoffe hier dann kommt gleich das böse erwachen wo unten alles nicht richtig ansortiert wird könnte ich mit wetten das haben wir hier noch das sind die ganzen seerosen die setze ich gleich nochmal die seerosen ich glaube das wäre nicht verkehrt das sind die anderen laternen die seerosen setze ich jetzt hier gleich es ist gerade nacht ne geht noch es geht ich kann aber erstmal nochmal das reinschmeißen weil das brauchen wir nicht mehr das mit der tür gefällt mir da kommt keiner anderen rein dass das gefällt mir richtig das heißt wir müssen taubkraft weitermachen diese tür erforschen können ja da gibt es doch mehrere schöne sachen die taubkraft weitermachen könnten etliche so jetzt mal hier mal richtig schönes seerosenfeld hier hin weil das so schön ist da ich habe noch ein seerosenblatt aber auch da hinsetzen wunderbar ist doch genial zack sieht das schön aus das gefällt mir richtig das wetter gefällt mir hier weniger so ich bin mal gespannt ach hey cool man genau das ist unser weg stein genau das ist unser weg stein hier so mal gucken ja aha ätherische essenz habe ich ätherische essenz die haben wir ja noch gar nicht kann ach motors ach das die gibt es auch stimmt die gibt es als essenzen auch kennt den witchery mod sagt mir jetzt so nix was habe ich jetzt hier stengelgarten ich habe einen stengelgarten kann man eine hexe sein okay setze ich mal hier drüben irgendwo hin im stengelgarten gut das schnief das so sei klar das anwesen hier überlegen wir noch gebaut haben ja gott so basalt cobblestone wo haben wir basalt cobblestone basalt ist leicht grünlich dann würde ich ihn leicht grünlichen das magmatitte basalt das basalt mir schalenstein blau schiefer basalt basalt sieger wobei kann man da rein sagen wir hier green snake mal was passiert kann ich mal aufnehmen hier oder was kaputt machen kann ich auch nicht kaputt gemacht okay gut fackel in war habe ich ja einen fackel in war war mit dem fackel in war ich liebe dieses lagersystem das ist ein riesen bambus habe ich zwölf stück von das habe ich jetzt noch hier auf lager sachen die man irgendwann mal verbauen könnte ich habe eine lachsfarbene rose sandstein granit diuret schalenstein grünschiefer basalt basalt hellgraue wolle bruchstein steinzege angesiedelt ich bin mal ganz im ruckzack gemacht wie gesagt ewigkeit nicht mehr leer gemacht oh das ist aber ganz schlecht ja jetzt mache ich es ja mal leer wenn ich was brauchen muss man halt neu aus dem lager holen ja so die knochen pack ich jetzt wieder zurück auf meinen rucksack stufen dass sie noch drin klasse stein mit beleuchtung dunkler sache die lasse ich auch erstmal noch hier jetzt muss ich noch alle seerosenblatt wieder rauskriegen hier super ich gehe davon aus der arcanetür muss man sich erforschen viel schlimmer ich habe kein tauminomikum mehr das muss ich gleich wieder eins mal wieder mitbringen falls es irgendetwas dort wieder zu entdecken gibt einer von der grünen volkspartei immer gesagt die will von den examen wollten wir irgendein abo wieder aufschwatzen so fünf jahre fahrverboten mit meinem diesel oder sowas aber auch was du bist die wölfe von kann man hier nicht sehen die wo aus dem bot glaube ich nicht kann man nicht sehen ich glaube nicht nur die richtigen ist mein kraft wenn man stadt dafür zu wenig hören ich habe schon aufgrund schimmerblatt abgerissen äh ich hab dich gehört sie zuerst schimmerblatt und bald kann mir passieren könnte da ist schimmerblatt wieder da ist schimmerblatt wir müssen wissen wo ich da weggehack weggehauen habe ich weiß es nämlich nicht ich setze es mal da hin so was ist das denn hier roter herz kanister um 30 herz oh ok gut ja ähm ne da nicht irgendwo kann man das hier rein setzen ne so ist ja schön weg der coole mann ja unsere zeit ist ja auch bald abgelaufen ne ja ist auch gleich vorbei ja nicht nur mal ganz fünf minuten ähm aber bevor ich das vergesse ich muss mein neues Tauminomicon da hast du noch eins oder eins haben wir hier noch super aber natürlich gar nicht boah ok habe ich eins noch mal nach der truhe guck nein natürlich nicht natürlich nicht ähm tauminomicon wie gegen tauminomicon da muss ich heute wie es noch machen aber vergesse ich das wieder taum mi ich sehe ich das hier nicht habt ihr ein bücherregal äh klar haben wir bücherregale äh hab ich das ja da habe ich es ähm ähm jetzt haben wir aber wie heißt das zum suchen das scheiß denk weiß ich nicht braucht nee brauchen leider alles aber ich wollte ja so viel hier noch erforschen ich bin doch hier noch so dermaßen wie am anfang hier ähm das sind die zauberstäbe okay alchemie na gut okay alchemie brauchen artefakte mit enthüllung verzauberter stoff den habe ich schon erforscht das weiß ich verzauberter stoff das kriege ich schon hin weiß wie das geht ich möchte jetzt auch einfach mal wissen wie man so ein aspekte der magie heißt das buch so heißt das buch wie heißt das hier taumometer heißt das meine gott blöd muss man ihn erforschen was was erforschen taumometer 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 ich brauche gold die zeit muss man erforschen was ist denn die zeit vorerst ein glatt braucht zwei gold waren und die braucht zwar für die komischen essen hier alte kacke hier nehmen wir mal hier zwei erdscherben nehme ich dann ist er bestimmt damals verbrannt in meinem anderen ruckzack der ganz schlecht der hatte gerade ein zombie kämpfe ok ich brauche zwei gold waren und ich brauche ein glas so so jetzt nochmal hin vielleicht ist das hier vielleicht besser habe ich super da habe ich mal taumometer taumometer auch wieder das ist schön das ist richtig schön das pack ich jetzt in meinem ruckzack hier war es eigentlich drin gewesen immer ok dann würde sagen treffen wir uns jetzt oben ja und sagen den lieben netten zuschauern auch wiedersehen und tschüss würde ich sagen auf jeden fall ich komme schon mal eine schokolade sofort hat wieder riesen spaß gemacht jeden fall wir stehen schon die schokokringel für weihnachten interessant ja wir haben ein bisschen weiter eine u-bahn gebaut ein bisschen erforscht knapp dem tode entrunden im dungeon endlich mal die ruckzack ausgeleert den eingang hat sich schmärsch einen angetan ja und denkmal bei sehen wir uns wiedersehen vielleicht am freitag das wollen wir schauen will ich denke spätestens am damstag kann ich mir gut vorstellen ja ich denke irgendwann auch und bis dann sagen wir tschüss und auf wiedersehen tschau tschüss alles gut ihr lieben freunde tschüss